Ich lasse ihn nicht in Ruhe gelassen. Dieser junge Mann wird in seiner Schule gemobbt, weil er stottert. Und um seinem Schmerz einen Mentil zu geben, hat er diesen TikTok-Kanal gegründet. Ich versuche ruhig und diplomatisch zu bleiben, obwohl ich kurz vorm Explodieren bin, da ich selber Vater bin und das zeigt, wofür Menschen fähig sind. Denn was sich viele nicht bewusst sind, sowas kann dazu führen, dass sich Kinder das Leben nehmen. Also, liebe Eltern da draußen, bringt euren Kindern schon mal bei, wie sie mit anderen Mitmenschen umzugehen haben. Und für dich, junger Mann, wenn du dieses Video siehst, da deine Sneaker zerschnitten werden von deinen Mitschülern. Ich habe einige Kumpels mit Sneaker-Stores, wir können dich mit einigen Sneakers ausstatten. Und wenn du Bock hast, such den Porsche, Audi R8 oder McLaren aus. Damit fahren wir dann zu deiner Schule, um den Neidern zu zeigen, wie cool du bist. Zum Schluss möchte ich sagen, es gibt keine Scheiß-Rechtfertigung, jemand anderen zu mobben. Punkt. Werde einfach in meiner Klasse nicht in Ruhe gelassen.